Neben dem Konvertieren von Videodateien und Videodisks, können Sie in Neuro Recode auch sehr einfach Audiodateien in MP3 umwandeln. Ziehen Sie Audiodateien per Windows Explorer in das Drag-and-Drop-Fenster. Neuro Recode liest das Format ein und öffnet das Projektfenster. Klicken Sie ganz links unter Nummer 1 auf den Musikbutton und wählen Sie MP3. Es gibt hier auch viele andere hochwertige Audioformate zur Auswahl. Die Audio-Bidrate wird automatisch gesetzt. Zur manuellen Einstellung klicken Sie rechts auf das Auswahlfeld, um eine andere Qualität zu wählen. Zu guter Letzt wählen Sie den Speicherort und klicken auf OK. Auf dem Homescreen erscheint Ihr Projekt. Klicken Sie auf Codierung starten und die Jobs werden zügig ausgeführt. Mittels Durchsuchen gelangen Sie zum Speicherort und per Abspielbutton können Sie die Titel anhören.